Was machst du? Ich habe ein Dankgebet für die schöne Landschaft zu Jesus geschickt. Aber du musst ja nicht peinlich sein, wenn du betest. Diese Landschaft ist wirklich sehr schön. Meinst du, man kann sie aufopfern? Aufopfern? Wie meinst du? Opfer, weißt du, wenn man ein Opfer für Jesus bringt, indem man keine Schokolade isst oder mit einer dünnen Decke schläft. Ah, ein Verzicht. Genau. Ich würde gerne diesen schönen Anblick aufopfern. Wie willst du das machen? Willst du wegschauen? Ach so. Wir sehen bestimmt aus wie zwei komische Schnellmänner. Ach so, nur doch nicht.